so halli hallo leute da bin ich wieder ich habe hier vorhin schon mal gespielt und dass was ganz blödes passiert der npc den wir da ansprechen sollte normalerweise eigentlich los laufen müsste hat das nicht getan ich musste dann dummerweise ins gesicht schießen das war natürlich auch nicht die richtige lösung ergo versuche ich halt jetzt noch mal ich hoffe diesmal klappt so wenn ich jetzt hier vorgehe kommt gleich ein video dass wir uns da angucken müssen wir haben mich gerade ein bisschen überfallen die leute die hier hin sollen ich habe die koordinaten aufgeladen sei vorsichtig wulf und seine mörderbande sind bei dem helikopter das warst du dir wie der schwachkopf entweder du gibst mir die ergebnisse oder du verletzt diesen Ort in einem Leitensatz wenn ihr herangreift verlinkt sich die informationen ihr kriegt meine arbeit nicht so so viel möglich munition aussammeln denn hier rammelt einiges an banditen rum so ist wie sie drüften doch nicht so ist hallo leute da bin ich wieder ich habe das jetzt schon zwei dreimal angefangen und jedes mal hatte ich jetzt mal den back drin jetzt versuche ich das nächste mal vielleicht klappt diesmal wenn ich hervor gehe kommt jetzt gleich ein video das gucken wir uns auch mal in ruhe an das war nur der erste wir haben nicht viel munition wir müssen also wirklich alles mitnehmen was man krieg und munition auf zum fröhlichen komikkel schließen wir haben auch die handgranaten ich mag ein machen wir schicken und noch auch die auslöcher noch ein paar spielen möchte so bin ich schon mal gespannt das hier mit schock wird hydro schock patronen sind das ist doch mal nicht schlecht was man sie mir hergelegt das war ja auch ziemlich blöd von idioten rammelt damit mit die hans granaten reinge vergebete schon fast gar nicht mehr eigentlich durch munition herrjahr auf munition kann ich mich nicht mit stein werfen das will ich sehen wo sind die waffen wenn die die hatten die bräder okay du machst mir hier den die jungs plündern nix nix na hallo die hatten vorhin wir hatten vor und alle sie hatten vor und alle waffen gehabt die hatten vor allen ihl 86 gehabt jetzt hat er noch mal eine sehr anmerkwürdige naja da wollen wir auch noch mal was auch mal gedrückt halten hier das ist aber doch was übersehen so jetzt bin ich nicht noch welche die zwei kinder passen hier die man entlernen hier Ok, entleert haben wir sie, so, dann bin ich gespannt, wie ein Meerschwein, äh, ich mach mal ein bisschen Speichern hier, so, mal sehen, hier liegt noch einmal rum, hat noch ein bisschen was, auch ein bisschen Munizieren dabei, so, wie ist der sonst noch einmal, ah, der lebt noch, ok, Was soll, was soll, was soll das hier unten? Was sind das Green da hinten im Teig? War nicht immer irgendwo ein Versteck? Ok, ok, also, hat er auch gerade weggetan, ach, da hat er eine Dings, so, so, noch ein, was ist das Black Dragon oder sowas? Da kommt noch schön, oh, scheiße! Na, gut, da hat er gebraucht. Da kann er noch ein paar selben. Ah, ja, das ist ein bisschen weh. Das ist ein bisschen schwierig. So, holen wir die Blöte verstecken. Zurück. Ach, nicht schon wieder. Oder auf, du weh. Oder auf, du weh. Oder auf, du weh. Na ja, du weh. eine verblödete schrotflinte also laut dem ding ach oben drüber danke aber auch ich habe ja auch das auto ok muss man die packen hier angucken mehrmals war nicht noch mal ein schälerer er hat noch zwei ausgenommen muss ich die zweite hin ach da ist noch eine schuss oh wie ist die ist die name big ben ha 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 sie machen ich hoffe das ist lustig falsch gefällt mir heute will ich nicht schreien so gut hier haben wir jetzt alles geplündert wie es aussieht